Der Jäger und die Waldbewohner. Gute Marie, lieben Tiere. Der Jäger war da. Das müssen wir den Hirsch erzählen. Ihr Tiere des Waldes, versteckt euch vor dem Jäger und gebt Acht. Oh, der Jäger ist im Wald. Komm mit, wir verstecken uns. Der Gans, komm mit. Hilfe, ich wurde von den Jäger geschnappt. Ja, das kommt davon, wenn man auf den alten Hirsch nicht hört. Gute Marie, lieben Tiere. Bis zum nächsten Mal.